Sie möchten nach Stock? Sie möchten nach Stock? Sie fahren mit dem Fernschnellzug um 6 Uhr 2. Der Zug ist in Alst um 8 Uhr 51. Der Zug fährt von Alst ab um 9 Uhr 17. Sie fahren nicht bis nach Tais, sondern steigen aus dem Benz. Der Zug ist in Benz um 10 Uhr 33. Sie steigen in Benz um in den Schnellzug nach Alfa mit dem Kurswagen nach Wössen. Der Schnellzug nach Alfa fährt ab um 10 Uhr 38. Der Kurswagen wird in der Prat abgehängt und an den Schnellzug auch der Alst gekoppelt. Der Zug fährt in der Prat ab um 12 Uhr 12. Ab Emmen fährt der Zug als Eilzug. Sie fahren nicht bis nach Wössen, sondern steigen aus in Bleckmar. Der Zug ist in Bleckmar um 13 Uhr 14. In Bleckmar können Sie sich umsehen bis 15 Uhr 23. um 15 Uhr 23. fährt von Bleckmar ein Reizugab nach Schee. Dieser Zug verkehrt nicht am 24. und 25.12 Uhr und führt nur sonntags erste Klasse. Sie kommen in Schee süd an um 16 Uhr 59. Die Fähre nach Schee-Nord geht ab um 17 Uhr 5. Bei Sturm, Nehmen und unvorhergesehenen Ereignissen kann der Fährverkehr auffallen. Sie sind in Schee-Nord um 17 Uhr 20. Um 17 Uhr 24 fährt vom Bahnhof Schee-Nord der Personenzug Abbaxtland-Plappen. Dieser Zug führt nur zweite Klasse und verkehrt nur an Werktagen und verkaufsoffenen Samstagen. Sie steigen aus in Murnau. Der Zug ist in Murnau ungefähr um 19 Uhr 30. Vom gleichen Bahnsteig fährt um 21 Uhr 12 ein Personen- und Güterzug weiter nach Hützeln. In Murnau gibt es einen Warteraum. Sie sind in Hützeln um 22 Uhr 33. Diese Zeiten sind ohne Gewehr. Da der Personenverkehr nach von Hützeln eingestellt ist, nehmen Sie den am Bahnhofsvorplatz wartenden Bahnbus ohne Gewehr. Sie steigen aus im Fach gegen 1 Uhr. Der erste Straßenbus von Fach geht ab um 6 Uhr 15. Im Fach gibt es keinen Mietwagen. Sie sind in Eisern um 8 Uhr 9. Der Bus um 8 Uhr 10 von Eisern nach Weiden verkehrt nicht in den Schulferien. Sie sind in Weiden um 8 Uhr 50. Um 13 Uhr geht der Bus eines Privatunternehmens von Weiden über Müllenforst ohne Nachschrei. Nach Schrei und Ohne fährt der Bus weiter nur nach Bedarf. Sie sind in Schrei um 14 Uhr 50. Zwischen Schrei und Trompet verkehrt um diese Zeit ein Milchwagen, der bei Bedarf auch Personen befördert. In Trompet können Sie gegen 16 Uhr sein. Zwischen Trompet und Stock gibt es keine Kraftverkehrslinie mehr. Zu Fuß können Sie gegen 17 Uhr 30 in Stock sein. Im Winter ist es dann schon wieder dunkel.